Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch in der Höhle hier, wo wir letztes Mal diese komischen Affentypen besiegt haben. Und ich wollte jetzt nochmal gucken, ob ich hier bei diesen Lanzen was dabei habe, was vielleicht besser ist als meine Waffen. Und da hinten ist auch noch so ein Ding, wo ich hochklettern kann. Da haben wir noch eine Lama-Hexe. Die nehme ich natürlich auch gerne noch mit. So, ich kletter jetzt erstmal da hoch, hole mir das Zeug noch und dann gucken wir nochmal wegen den Waffen. Und dann war ja da auch noch ein Loch im Boden, wo wir rein konnten. Da würde ich auch gerne nochmal gucken. Ups. So. Okay. Oh, einiges an Material finden wir hier definitiv. Das ist schon mal gut. So, sonst habe ich jetzt hier, glaube ich, aber nichts weiter übersehen, oder? Mal gucken. Ähm, nee. Wie gesagt, die Waffen würde ich mir gerne nochmal anschauen. Okay, gleichwertig mit meiner Waffe, wie es aussieht. Na, mit dem Pfeil deute ich jetzt, dass es gleichwertig mit meiner Waffe ist. Das ist besser als meine Waffe. Und das auch gleichwertig mit meiner Waffe. Also, das hier wäre besser als fünf. Behalte trotzdem nochmal das hier, weil ich brauche ja was wieder, um Felsen zu zertrümmern. Und ich glaube, da sind wir damit besser dran als mit den Lanzen. Wo war jetzt hier dieses Loch, was ich gemacht hatte? Ah, da ist noch eine Echse. So, oh, der Bogen zerbricht gleich. Egal, dann können wir wieder einen neuen sammeln. So, hier war das Loch, ne? Ja. Da geht es noch weiter rein. Mal gucken, ob da noch mehr Gegner sind. Nein, da ist wieder so einer. Halt, stopp. Den wollte ich noch fotografieren. Majoi. Okay. Haben wir das auch gemacht? So. Ja, nimm mal die. Los. Oh, ich habe jetzt gar nicht... Ich hätte das Häschen versuchen können zu treffen. Ich bin, glaube ich, direkt dran vorbeigelaufen. Und ich hätte das Signum vielleicht mal fotografieren sollen. Jetzt kann ich es nicht mehr auf den Boden legen. Naja, egal. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wofür die Dinger noch gut sind. Oh, da ist wieder... Oh, guck mal. Ah, Mist. Egal. So. Okay, dann hauen wir hier ab. Ne, halt, stopp. Da ist noch was. Warte, ist das jetzt alles wieder gespawnt hier? Oder habe ich das tatsächlich vergessen? Hm. Keine Ahnung. Ähm, wartet mal. Die Schatztruhe ist auch einfach nur eine Schatztruhe. Ja, okay. Und die da ist auch einfach nur eine Schatztruhe. Man muss ja mal gucken, ne? Im letzten Spiel gab es ja unterschiedliche Schatztruhen. So. Das hier kann ich noch fotografieren. Moment. Ich mach das mal so. So. Dann. Oh. Ich kann hier nämlich noch einige Waffen mit abfotografieren. Soldatenlanze. Moment. Und rostiger Zweihänder. Hm? So. Da sind immer zwei Waffen, die aneinanderhängen. Und deswegen sind die teilweise auch stärker als meine Waffen. Äh. Das haben wir alles. Okay. Kann ich den Stein auch fotografieren? Ne. Gut, dann weiter. Da haben wir doch einiges gefunden hier in dieser Höhle. Hör mal. Ich bin froh, dass wir hier reingegangen sind. So. Da sind unsere zwei Krog-Freunde. Wo wollte ich jetzt als nächstes hin? Wollte mir ein Pferd holen und wir wollten da hinten mitkämpfen. Äh. Dann nehme ich mir glaube ich mal diese Waffe. Dann nehme ich mir glaube ich mal diese Waffe. Ja. Mal sehen, ob das reicht. Das sind alles blaue Bockblins. Dann können wir uns auf dem Weg zurück zum Stall gleich noch vielleicht ähm ein Pferd mitnehmen. Ich werde hier aber abspeichern, bevor wir da hinlaufen, damit ich da nicht gleich wieder ewig die ganze Zeit zurücklaufen muss. So. Okay. Alle bereit? Da was Neues zum Fotografieren dabei? Oh. Die legen einfach los. Holm. Ach, werter Link. Welche Ehre euch wieder zu begegnen. Erneut bekämpfen wir die Monster, die sich in dieser Gegend eingenistet haben. Aber ach, der Feind ist stark und unsere Situation ausgesprochen brenzlig. Wenn ihr uns wieder mit eurer Kampfkraft beistehen könntet, wäre ich euch zutiefst dankbar, werter Link. Für E-Roll zum Sieg. Na dann. Es ist mein Bogen kaputt gegangen, hörbar. Oh. Ich glaub, den hab ich noch nicht fotografiert. Nein. Tatsache nicht. Ein schwarzer Bockblin. Oh Gott. Lass mich. Hau draus. Ausholen lassen. So. Komm schon. Ja. Und Holm macht einfach gar nichts, ne? So. So. Das hol ich mir später. Okay, du. Nice. Nice, nice, nice. Hier mach ich auch mal ein Foto. Soldaten, Zweihänder. Ja, kann ich später noch mitnehmen vielleicht. Ob ich ja keine Zweihänder mag, deswegen vielleicht lass ich auch mal verliegen. Äh, was haben wir hier? Oh. Okay, das sollte ich vielleicht später machen. Mh. Können wir da irgendwie einen rausziehen? Weg, Link. Weg, 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 weg. Ach du Scheiße. Ja, mach mal. Ach Mist. Soll ich denn den erwischen mit seiner blöden Lanze da? Okay. 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 Uff. So. Du griffst mich nicht. Okay. Gut. Ja, komm mal. Komm. Oh, das war jetzt aber Glück, dass der mich nicht erwischt hat. Fast. Nee, zwei von euch will ich eigentlich nicht. Das finde ich nicht gut. Ach du Scheiße. Haben die die ganzen... Haben die die ganzen Soldaten schon besiegt? Moment. Ich glaube, die haben die ganzen Soldaten schon besiegt. Der Große. Ja, der Große muss erst mal weg. Ich will mal ein paar von denen los sein. Das ist mir zu viel hier. Wow. Das ist gar keine richtige Lanze. Das hier. So. Ja. Er ist auch voll. Schwarzer Bockblindenhorn. Mhm. Ich nehme das jetzt erst mal mit. Ich kann das ja immer noch mal auf dem Boden tun und dann auch noch mal fotografieren. Nicht, dass das hier despawnt. Das wäre nämlich sehr schlecht. So, ich hätte gerne den da erst mal. Die kommen nicht einzeln, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Zum Glück haben wir ein paar Feen aufgesammelt. Gott. Okay, der Dicke ist weg. So. Jetzt brauche ich wieder... Uh. Ich gehe mal weiter weg vom Mikrofon. Tut mir leid, Leute. Nein. Nein. Was? Ich hatte keine Fee mehr. Sind die schon alle, alle, alle? Verdammt. Oh Gott. Wir haben uns doch so gut geschlagen. Wie gemein. Sind alle Gegner wieder da? Ja, sind alle Gegner wieder da. Wird gern mal hier so ein... Ja, das... Ja, ich mach mal so. So. Aber das ist ja auch ein Zweihänder. Warum denn? Warum habe ich denn nur Zweihänder in der Tasche? Hör mal. Jetzt lass das Schwert fallen. So. So, der ist platt. Gut. Nächste. Kann ich mir da einen rausholen? Ja. So. So. Nein! Komm! Komm her! Oh, so, ja, sehr gut. So. Okay. Äh, ja, nimm mal die. So. Ah. Okay. So. Viele sind es nicht mehr. Der Groß ist halt noch übrig. Oh, nicht da mitten rein. Das wäre nicht so gut. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Hm. Kann ich dem nicht irgendwie... Achso. Okay. Okay. Nur noch der eine. So. Damit hatten wir schon mal angefangen zu kämpfen. Jetzt hat er mich auch noch getroffen. Das ist unglaublich. So, den kriegt er doch jetzt wohl platt, oder? Okay, ich sammle jetzt mal ein bisschen Zeug. Ui. Oh, ich glaube, wir haben es. Wow. Der Sieg ist unser. Nach dem zweiten Versuch. Ich danke euch sehr für eure Heldentaten, werter Link. Würdet ihr euch bitte zu mir begeben? Ja. Und wieder einmal konntet ihr euer Kampfgeschick erfolgreich zur Schau stellen, werter Link. Mit euch an unserer Seite können wir es mit jeder noch so großen Gefahr aufnehmen. Oh, fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Bitte nehmt dies zum Dank für eure Unterstützung an. Yay. 100 Rubine. Das nehme ich doch sehr gern. Doch der wahre Kampf steht uns noch bevor. Habt ihr ihn gesehen, werter Link? Den Blutmond? Solange er am Himmel steht, wird er zu strommern Monstern, die den Frieden Hyrules bedrohen, wohl nicht abreißen. Meine Einheit wird nun ihre Kräfte sammeln und sich auf die nächste Schlacht vorbereiten. Ich freue mich schon darauf, bald wieder mit euch Seite an Seite zu kämpfen. Möge die Göttin Hylia euch schützen, tapferer Ritter. Okay. Geschafft. Okay, jetzt sagt er aber nicht, dass er noch woanders hingeht. Okay, gut. Wir haben es geschafft. Auch wenn ich es erst beim zweiten Mal geschafft habe, aber egal. So, ist die Frage, sind hier ein paar bessere Waffen dabei, bei den Sachen, die hier rumliegen? Keine Ahnung. Könnte schon sein. Uuh, was war das? Ah, hier liegt wieder so ein Prinzessinnen-Enzian. Ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von unseres Zelda. Na, ihr zwei? Ja, mein Hintergrund steht gerade mit der Katze neben mir. Ich glaube, wir haben alles aufgesammelt. Ja, hier sind noch ein paar Schilde und so Zeug, aber ich lasse das Zeug einfach mal alles liegen. Ähm, ne, ein Schwert vielleicht. Das wäre gut. Irgendwo, ich habe jetzt ein paar Waffen zerstört. Wenn irgendwo noch ein Schwert oder sowas liegen würde, wäre gut. Aber die sind alle weg. Na, egal. Gut, Freunde, werden wir uns noch ein Pferd zähmen, ha? Gucken, ob wir vielleicht eins kriegen können. Aber wir haben ja vier Pferde. Wir brauchen ja eigentlich gar kein Pferd, ne? Ne, ich glaube, ich lasse das. Wir haben doch eigentlich Pferde. Dann gehe ich jetzt weiter Richtung Kakariko, denn das würde mich echt interessieren, wie es da jetzt aussieht. Und was haben wir denn hier? Nichts, okay. Och nein, die haben mich gesehen. Warum denn nur? Geht einfach weg. Ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Mann. Diese blöden Berittenen, die finde ich total dumm. Weil, ah, die kann man halt so schwer besiegen. Auch wenn das nur rote Gegner sind, aber trotzdem. Da drüben ist auch wieder sowas, wo man hoch kann. Wenn es denn nur dafür ist, ich weiß es halt nicht. Hier sind wieder Bockblins. Ein Haufen Bockblins im Wald. Also gegnermäßig haben sie echt aufgestockt. Das muss man schon mal sagen. Es sind sehr viel mehr Gegner unterwegs als noch früher. Ähm, wisst ihr, was wir machen? Uh! Ah! Vor diesen Bäumen werde ich mich wahrscheinlich immer erschrecken. Wir gehen mal zur großen Fee, wollte ich eigentlich sagen. Bevor mich dieser Baum erschreckt hat. Ist da oben was? Nein. Weil hier wieder so ein Stein liegt. Okay, hier scheinen mehrere von diesen Bäumen unterwegs zu sein. Oh, hier haben wir Zeug. Um irgendwas zu bauen. Aber warum? Das ist eine gute Frage. Kann ich mir einfach ein Gefährt bauen? Wahrscheinlich. So, wie gesagt. Ich gehe mal zur großen Fee. Mal gucken. Ich hoffe, die will nicht wieder Geld von uns. Weil eigentlich haben wir die ja im letzten Spiel schon bezahlt. Und ich finde es mega gut, einfach nur, dass wir unsere Pferde behalten durften. Das ist das coolste Feature im ganzen Spiel. So bin ich der Meinung. Kann jeder anders sehen. Ich finde es mega geil. Hat sich das Pferdefangen im letzten Spiel wenigstens gelohnt. Wo war jetzt diese Fee? Die war doch hier drüben irgendwo. Ich gehe mal schon mal hier über den Fluss. Na, Link, schaffst du das noch? Ja. Sehr gut. Okay. Da ist wieder ein Gegnerlager. Da hinten ist die Fee. Oben der Schrein. Den müssen wir uns auch noch holen. Aber der sollte ja kein Problem sein. Da müsste ich ja ganz leicht eigentlich nach oben kommen, oder? Vielleicht. So, jetzt erstmal hier. Ja. Hallöchen. Mich in eine solch abstoßende Welt rufen zu wollen, wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Als ob ich einem Monster den Segen verstärkter Kleidung gewähren würde. Ich dachte, in der Nähe eines Stalls könnte ich vielen Reisenden mit meiner Fähigkeit helfen. Wer hätte ahnen können, dass so etwas passieren würde? Ach, ich sehne mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Ein solcher Klang gebe mir neuen Mut, sodass ich mich vielleicht sogar heraustrauen würde. Okay, die will, dass wir trommeln. Da muss ich erstmal rausfinden, wie ich Musikinstrumente spiele, Freunde. Gut. Dann muss ich jetzt hier erstmal wieder rüber. Oder da rauf. Das wäre halt auch eine, äh, ja, da rauf würde ich gerne. Und da rauf komme ich eigentlich mit diesem Stein, der hier gerade runtergefallen ist. Da könnte ich auch zum Schrein kommen. Machen wir mal hier drauf. So. So, mal sehen. Hm? Ich kann ja gleich einfach fliegen. Da ist der Schrein. So, kommen wir hier irgendwo an, wo es was Gutes gibt. Da könnte ich auch mal drauf. Ne, dafür reicht's nicht. Gut, geh ich halt mal auf den Gipfel. Aber da ist was, ne? Da ist schon was. Er hat was von Statuen erzählt, auf dem Gipfel. Hm. Momentan kann ich erstmal keine erkennen. Wollt mal runter. Da war nix da drüben. Ne, das ist ein, das ist ein Bockblinnlager. Da. Was ist das wohl? Hm. Okay, wir gehen zum Schrein. Hm. Kann keine Steinstatuen jetzt gerade entdecken. Er meinte ja irgendwas von Steinstatuen, aber da sehe ich jetzt gerade erstmal keine. Eschose-Schrein. Ich hab die anderen Schreine, glaube ich, gar nicht vorgelesen, bei denen wir jetzt schon überall waren. Naja, egal. So. Rein in die gute Stube. Mal sehen, was uns hier wieder für ein furchtbar schweres Rätsel erwartet. Wobei, so schwer sind sie jetzt nicht. Ich bin einfach, glaube ich, manchmal ein bisschen doof. Aber den letzten haben wir doch ganz gut hingekriegt mit unserer coolen Eisenbahn, die wir da gebaut haben. Kampftechniken-Schild. Ah, okay. Wieder ein Kampftechniken-Schrein. Das finde ich gut. Und es geht ums Schild. Mhm. So. Be-be-be. Be-be-be. Moment mit dem Schild, um das Geschoss zurück zum Gegner zu reflektieren. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor, aber wie denn? Okay, Schild heben und dann mit A parieren im richtigen Moment. Ah, es hat geklappt. Ich habe es hingekriegt. Ausgezeichnet und das gleich beim ersten Versuch. Ich bin ja überrascht. Okay. Achte auf das Element des gegnerischen Angriffs und pariere ihn mit deinem Schild, um ihn zu reflektieren. Okay, wartet. Okay, wartet. So. Und jetzt noch den. Yes. Yes. Oh mein Gott, das habe ich echt gut hingekriegt, glaube ich. Bin mir gar nicht so schlecht mit dem Schild. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hier mit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Nice. Und da sind coole Waffen, die ich gern hätte. Aber die sind bestimmt weg jetzt, oder? Ah ne, die liegen noch. Wunderbar. So, und dann ein paar neue Bögen können wir auf jeden Fall brauchen. Die nehme ich mal mit. Ah, jetzt ist voll. Und was haben wir denn da bekommen? Die will ich mir mal gerade angucken. Rodonitstab. Da ist ein... Ah, und damit kann man dann Feuerbälle schießen. Ich verstehe. Und mit einem Topaz vorne dran kann man Elektrobälle schießen. Ah, auch mal interessant. Ja, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das stimmt. Das steht ja bei diesen Diamanten oder bei den Edelsteinen sogar dabei, dass man diese Sachen dann bekommt. So, hier sind Schilde. Alter Holzschild, verrosteter Schild. Was habe ich für Schilde dabei? Umfederschild. Reiseschild. Schmeiß den mal kurz weg. Ich will mir die mal angucken. Ja, ne. Der. Oh, nicht besser. Okay. Dann kannst du den wieder wegpacken und den mitnehmen. Aber vielleicht können wir die noch fotografieren. So. Ach ja. Ja, ich muss mir das merken, dass ich die Sachen auch immer fotografiere, wenn ich was Neues sehe. Oh. Sehr schön. Okay. Ähm. Eine Truhe gibt es hier noch, aber die ist ja dann immer da hinten, ne. Ah, den Bogen könnte ich auch gleich nochmal fotografieren. Genau. Ich glaube, ich muss mein Fotoalbum direkt mal wieder leer machen als nächstes. Mal gucken. So. Ist das eine andere Schatztruhe? Nein. Naja. Naja, man muss ja mal gucken, ne. Okay. Eine neue Schatztruhe mit... Massiver Sonanium-Schild. Oh mein Gott. 50 Abwehr. Hör mal. Her damit. Von den Sonau verwendet. Aus Sonanium gefertigt und sehr widerstandsfähig. Es steigert die Energieeffizienz von befestigten Sonau-Bauteilen. Wow. Ne, den sollst du jetzt aber nicht gleich benutzen. Nimm mal so einen erstmal hier. Es wird Zeit, dass wir Maronus treffen. Finde ich. Langsam gehen uns nämlich hier die Plätze aus in unserem Inventar. Warum das jetzt wieder kleiner ist, frage ich mich halt auch. Also, ich meine, dass er uns die Herzen genommen hat und unser Schwert kaputt gemacht hat, das ist die eine Sache. Aber warum sind unsere Taschen wieder kleiner? Ist das auch passiert, als wir vom Miasma befallen wurden? Hm. Wer weiß, wer weiß. Wo ist eigentlich der Turm von diesem Gebiet? Mal so gefragt. Der da drüben ist es nicht. Oh, guckt mal. Ja, Naidra. Schön drauf auf dem Bild. Wundervoll. Sehr gut. Bei einem der Drachen auch direkt fotografiert. So, jetzt geht es aber weiter nach Kakariko. Und ich würde sagen, da nehmen wir eins unserer treuen Rösser. Ah, ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier machen soll. Mit diesem Korken. Mal gucken, ob ich das noch rausfinde. Wartet mal. Und das da kann ich auch noch fotografieren. Das müsste doch eine Fleischschnecke sein. Genau. Eine Spurtkröte. Schleichschnecke. Süßwasser-Schnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Kochzutat schärft die Sinne. Genau. So. Na gut. Dann würde ich sagen, auf nach Kakariko. Genau. Ähm, mit dem Pferd, mit dem Pferd. Ja, warum nicht? Kann ich mein Pferd eigentlich hier vor den Wagen spannen? Das wäre auch mal eine Frage, die mich interessieren würde. Ich könnte ja mal übernachten. Dann kriege ich auch mal ein paar Punkte. Oh, das war laut. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Der hat der Mann im Hintergrund, glaube ich, gerade was fallen lassen. Möchtest du übernachten? Ja, warum denn nicht? Einmal übernachten. Normales Bett, bitte. Ein normales Bett. Möchtest du deinen Übernachtungsgutschein verwenden? Stimmt, wir haben ja Übernachtungsgutscheine. Du musst allerdings wissen, dass du in dem Fall keine Stallpunkte erhältst. Ah, nee, dann zahle ich lieber. 20 Rubine bis morgens. Einen geruhsamen Schlaf. Könnten uns jetzt auch von diesem LIA Ausrüstungsset, könnten wir uns, glaube ich, aus dem Spähposten was holen. Aber nochmal zurück will ich jetzt auch nicht. Guten Morgen, fühlst du dich erholt? Zum Dank für deine Übernachtung, erhältst du einen Stallpunkt. Mist. Fehlt noch einer. Hier sind bestimmt die Kritzeleien aufgefallen, nicht wahr? Dafür entschuldige ich mich. Egal, wie oft ich mich mit den Kindern schimpfe, sie machen einfach trotzdem weiter. Angeblich haben sie riesige Abdrücke im Boden entdeckt, so groß, dass sie von keinem Tier stammen können. Ich staune manchmal darüber, was für ein blühende Fantasiekinder haben. Okay, ja, das haben wir ja schon besprochen mit den Kids. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Da kommt Terry angelatscht. Achso, ich wollte ja ein Pferd mitnehmen, ne? Weil ich ja das Geschirr, wo man Sachen dran befestigen kann, noch nicht habe. Ne, dann lasse ich erstmal, wir laufen. Ich lasse das Pferd wahrscheinlich sowieso alle zwei Meter stehen, von daher brauchen wir das jetzt auch erstmal nicht. Okay. Na dann. Da ist ein Turm. Wo ist der Turm von diesem Gebiet, frage ich mich gerade. Da hinten. Oh, was ist das denn? Krass, krass, krass. Okay, vielleicht ist das eine dieser Ruinen, die bei Kakariko runtergekommen sind. Hm. Mal sehen. So, das sieht ja alles immer noch sehr bekannt aus. Also die Map, die Hyrule Map haben sie jetzt nicht so großartig verändert. Aber man sieht halt, dass sich alles im Aufbau befindet und so, ne? Das finde ich ganz schön, dass man trotzdem sieht, dass was passiert. Aber alles immer noch bekannt ist. So, da ist schon wieder so ein Stein runtergekommen gerade. Wer ist er hier? Habe ich das schon fotografiert? Ja, das ist ein Esel. Kakariko Brücke. Was ist mit dir? Muss mich beeilen. Ach, das ist doch einer aus Kakariko. Kado. Hm, ach, du bist Link. Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Äh, keine Ahnung. Die ist einfach davon und ich habe keine Ahnung. Was? Prinzessin Zelda wird also noch immer vermisst. Hm, da kommt mir eine Idee. Link, du solltest einmal mit Impa reden. Wir erforschen die Geoglyphen, die vor kurzem plötzlich überall erschienen sind. Impa scheint davon auszugehen, dass sie bei der Suche nach Prinzessin Zelda hilfreich sein könnten. Impa ist gerade in einem Heißluftballon auf Reisen. Waaah? Ihr alte Frau? Sie sollte sich im neuen Stall von Marita aufhalten, etwas nordwestlich von inneren Hyrule. In einem Heißluftballon ist man ziemlich schnell unterwegs. Ich muss mich beeilen, um zu ihr aufzuschließen. Also bitte entschuldige mich jetzt. Okay, Impa ist also gar nicht da. Wie ist in einem Heißluftballon? Da ist der Turm. Äh, markiere ich den mal gerade? Ja, warum denn nicht? Das ist zwar nicht so weit weg, aber können wir ja eigentlich mal machen. Okay, Impa ist in einem Heißluftballon unterwegs. Ich, äh... Ich verstehe. Klammerkröte. Ich habe einfach so eine Kröte gefangen. Hör mal. Okay, äh... Gehe ich dann erstmal zum... 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 Zum Turm, oder was mache ich? Ich... Ich bin gerade ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen perplex, dass die Impa in einem Heißluftballon steckt. Was? Ja, ich glaube, ich gehe gerade erstmal zum... Zum Turm. Dann habe ich hier wenigstens das Gebiet aufgedeckt. Was haben wir denn da? Ein Exalfoss. Hm, schön mit seiner lustigen bunten Zunge. Der erinnert mich immer so ein bisschen an den Gegner aus, äh, aus, äh... Ähm... Skyward Sword. Da ist auch so einer mit seiner... Mit so einer richtig schönen langen Zunge. Oh, Zunge. Was ist da denn? Okay, eine Höhle. Hm? Eine Frage. Kann ich da irgendwie hin? Naja, ich kletter erstmal hier hoch. Jupp. Wahrscheinlich könnte ich mit so einem Brett in die Höhle reinfahren. Und da drin dann lustige Sachen finden. Könnte ich mir vorstellen. Ich denke mal, dass wir dann, ähm, trotzdem nach Kakariko mal gehen und uns aber auch Hateno mal anschauen. Denn in Hateno ist ja eventuell dann Robelo und gibt uns dieses Suchmodul, was uns noch fehlt. Das mag ich zwar nicht besonders gern, aber da ich ja hier noch keine Schreine kenne, beziehungsweise das Spiel noch nicht kenne, werde ich mich hier halt auch nicht spoilern und Sachen nachgucken, wo die alle sind. Da werde ich also selber suchen müssen. Und dafür ist das Modul dann natürlich gut geeignet, ne? Jaja, macht ihr nur hinter mir. Ich habe gar keine Zeit. Ich muss zum Turm. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Neidra, der ja fliegt hier rum, aber ist der denn nicht normalerweise ganz woanders unterwegs? Oh, oh. Freunde, da liegt ein Hilux. Den lassen wir mal schön schlafen. Nehmen nur die Pilze hier mit. Dafür sind wir, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach. Also ich zumindest. Vielleicht könntet ihr das hinkriegen, aber wie gesagt, ich bin dafür auf jeden Fall noch nicht bereit. Ich möchte einfach nur zum Turm. Und dann nach Kakariko. Kakariko ist irgendwie so in jedem Zelda-Spiel immer so die erste Anlaufstelle, habe ich das Gefühl, oder? Also Skyboard Sword habe ich jetzt selber nicht gespielt. Das kenne ich auch nur von Let's Plays auf YouTube, aber bei allen anderen Spielen oder bei vielen anderen Zelda-Spielen ist es doch so, dass man wirklich fast immer zuerst nach Kakariko muss, oder? Bin ich da gerade im Irrglauben? Und weiter oben. Rumi. Ups. Habe ich den nicht richtig erwischt? Ah, Mist. Mal noch ein ganz kleines bisschen näher. Jetzt ist er drauf, oder? Ja. Ah, doof. Ja, so gefällt es mir besser. So, Duckenlink. Habe ich ihn erwischt? Oh. Mist. Aber ich habe ihm nochmal... Kann man die Rubine auch fotografieren? Äh, nein. Ich habe ihm noch einen grünen Rubin abgeluchst. Aber mit einem Schwert kriegt man den nicht platt. Das ist ja heftig. Ähm, so wartet mal. Hier ist jetzt eine Höhle. Direkt unter dem Schrein. Ähm. Brauche ich die, um zum Schrein hochzukommen? Oder kann ich da gleich noch reingehen? Ich mache erst mal den Schrein, Leute. Damit ich mich zur Not, falls ich jetzt wieder gleich irgendwo feststecke, dann wieder hierher teleportieren kann und direkt wieder hier oben bin. Turm auf dem Sahasra-Hügel. Sahasra-Hügel. Mein Gott, sieht das interessant aus alles. Was ist das da hinten? Das ist, glaube ich, die Zora-Stadt. Ah, und da ist wieder so einer. Uh, der hat einen blauen Rubin fallen lassen. Bist. Der ist weg. Naja, egal. Den blauen Rubin, den hole ich mir aber. Der ist immerhin fünf Rubine wert. So, okay. Gehen wir erst mal den Schrein aktivieren. Äh, den Schrein. Den Turm aktivieren. Schreine, Türme, alles das Gleiche. Habala, Papp. So, wer bist du? Wie seltsam. Schnapp-Buder? Willst du dir den Kartografie-Turm ansehen? Es tut mir aufrichtig leid, es gibt da ein kleines Problem. Was gibt's denn? Ich hatte gehört, dass die Vorrichtung im Kartografie-Turm kaputt ist, also kam ich hierher, um sie zu reparieren. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm hinein gelangen kann. Oh. Die Tür ist nicht abgesperrt oder sonst verriegelt. Wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sie sich keinen Zentimeter. Ach, natürlich weiß ich, dass es sich um eine Schiebetür handelt. So ein dummer Fehler passiert mir doch nicht. Ich hab Hunger vom vielen Nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. In einer Höhle? Genau, es gibt da eine Höhle unten an diesem Hügel. Als der Kartografie-Turm gebaut wurde, hab ich dort oft nach Pilzen gesucht. Okay. Okay, wir kriegen die auch nicht auf. Es tut mir aufrichtig leid, lässt sich die Tür nicht öffnen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich Pilze holen für den. Gehen wir mal gucken. Vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. Jupp, jupp, jupp. Das nehme ich noch mit. So, also dann hinein. Okay, mich hat zumindest keine erwischt, Gott sei Dank. Wow. Nee. Meine Waffentasche ist... Hä? Ist meine Waffe kaputt? Nee. Okay. Jetzt aber... Dann machen wir uns direkt ein neues. So. Ich glaube, ich mache das mal hier nicht alles kaputt, nur hier... Ich glaube, ich schieße da doch mal mit einer Bombe rein. Ähm... Bombe... 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 Da. Nicht so weit... Nicht so nah ranlegen. Ah. Ah. Hier seid's. Halt. Äh... Ja, die. Komm. Sehr gut. Dann noch einer? Ja. Wow. Komm runter, du kleiner Pipi-Mann. So. Ist ja unfassbar. So. Ist ja unfassbar. Horrorblinds Herz. Äh, Horrorblind-Herz. So. Das war also noch ein Horrorblind-Lager hier. Sehr gut. Die Sachen nehme ich doch sehr gern mit, die die hier noch zu verteilen haben. Wartet mal, hier ist noch so ein... Na. Ah Gott. Wie viele Felsen gibt's denn hier? Hör mal. Gehen bald die Bomben aus. So. Hm. Hm. So, jetzt hab ich aber keine Waffe mehr, an der ich noch was befestigen kann, oder? Äh... Nein. Das heißt, ich mach vielleicht mal von der die Klinge wieder ab. Oder wartet mal, ich hab noch... Hier. Einen rostigen Zweihänder. So. So. So, hier geht's wieder raus. Hm. Hm, 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 hm. Halt. Den nehme ich mit. Den nehme ich nicht mit. Okay, offenbar. So. Ja. Soll's ruhig zerbrechen. So. Kann ich mir direkt wieder ein neues bauen? Nee, ich will ein Felsbrocken, bitte. Genau. So. Einmal hier mit der groben Keule durch. Okay, wir sind, glaub ich, durch. Geht's hier noch irgendwo anders hin? Nee. Ah. Ähm. Tja, hier ist ne Truhe. Aber das ist, glaub ich, dann nicht die richtige Höhle, oder? Er hat ja was von Pilzen erzählt. Hm. Tja, na, da muss ich wohl noch mal gucken. Ein Goschen-Schild. Kleiner Holzschild. Des Chica-Stamms. Ja, den nehme ich doch gerne mit. Dann pack mal den hier auf den Boden. Und dann nimmst du dafür den mit. Mhm. So. Aber Pilze sehe ich hier keine. Weiß halt nicht, ob man diese Felsen hier alle entfernen sollte. Weiß es nicht, Freunde. Hier nochmal durchgehen. Ähm. Ich glaub, das bringt auch nichts weiter hier, oder? Nee. Da geht's hier doch noch weiter rein. Dann gucken wir mal. Doch, hier geht's doch noch weiter rein. Tatsache. So. Alles klar, da sind also noch Gegner, glaube ich. Na gut, Freunde. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. oder auch ein Abo. Gerne auch den einen oder anderen Kommentaren. Seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Hier bei Tears of the Kingdom. Ich hoffe, äh, ja, genau. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Und tschüss. 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 Tschüss.